Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben, in Valdemossa. Das ist das Kloster, in dem unser hochverehrter Mahakera Dr. Georg Grimm im Nirvana entgegen meditierte. Und hier war unter anderem auch George Sand, der große George Sand, der Schriftsteller, und Chopin, Frédéric Chopin. Hier hat der Mahakera meditiert. Eine kleine Katause, könnte man sagen. Und daneben ist natürlich dann die große Kirche, die er sicherlich auch besiegt hat. Unser hochverehrter Mahakera Dr. Georg Grimm. Ja, meine Lieben, dann bis bald. Tschüss. Om. So, meine Lieben, das war für mich natürlich ein ganz großes Spiel. großartiges, gewaltiges Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich es übertreibe, wenn ich sage, ich habe die Gegenwart von Mahakera Dr. Georg Grimm gespürt. Also das ist vielleicht zu viel, aber da ist schon was passiert. Und ich möchte dieses Video mal dazu benutzen, dieses Erlebnis in Valdemossa, auf Mallorca, natürlich auch dann auf die Lehre des erhabenen Mahakera Dr. Georg Grimm einzugehen. Denn er war ja ein Erretter der falsch verstandenen Lehre des Gautama Buddha. Wisst ihr, heute spricht man so viel über Impfungen. Ich werde euch jetzt mal gegen den falschen Buddhismus impfen. Denn das hat Mahakera Dr. Georg Grimm getan in seinem Buch, die Lehre des Butto. Und ich habe ja alle meine Bücher, auch mein Buddhismusbuch, dem Mahakera Dr. Georg Grimm gewidmet. Das Buch des Lichts lehrt eigentlich das gleiche als Mahakera Grimm. Nur eben in größerem Detail vielleicht die Welt der Erscheinungen, sichtbare, unsichtbare Welt, dies oder jenes, gut. Aber doch auch nur zu dem einen Zweck, sich davon zu lösen, und doch nicht weiter daran rum zu vorsteln. Und Quatsch zu machen, schaut euch mal die heutige Welt an. Da ist ja ein Kindergarten harmlos. Gut, so. Also. Ja, ein Kindergarten, ja. Ein Kindergarten ist harmlos. Ich weiß nicht, ob der Vergleich stimmt. Also, es ist wie ein Kindergarten. Ja gut, okay. Und dann möchte ich mal einige Aspekte der Lehre des Erhabenen Mahakera Dr. Georg Grimm hier. Vortragen. Das ist ein paar Ausschnitte. Ein paar Notizen gemacht. Also hier haben wir zunächst einmal, man hat zunächst einmal den Buddha beleidigt. Das muss ich mal ganz emotional sagen. Ja. Gerade der Dauergrinser Dalai Lama hat den Buddha furchtbar beleidigt. Nämlich, indem er sagte, der Buddha hätte gesagt, es gibt kein Ich. Da sollte man doch den Dalai Lama nehmen und mal ganz leicht so ein paar Watschen. Nur leicht, nicht leicht. Der ist ja sehr beschäftigt. Der schießt einmal mit seiner Pistole auf Vögel mit seinem Luftgewehr. Und der isst Hühnchen, der Vegetarier. Ja, ja. Komm, ich bin kein Heiliger. Nur man soll sich nicht darstellen als etwas. Und mit Gold beladen ist er aus dem Tibet raus. Und hat seine verstümmelten Menschen durch die eigene Menschpolizei zurückgelassen, die armen Schweine. Was war deren größtes Ziel? Oh, ich möchte einmal aus Tibet rauskommen und den Lama sehen. Ja, genau. So, also weiter, immer weiter. Er hat also hier, das sagt ja auch ganz klar, Mahatera Dr. Georg Krim. Allerdings hat man versehentlich eine Leugnung, das ich durch den Buddha herauslesen wollte. Und warum hat man das getan, mein Lieben? Das ist doch ganz einfach. Man hat die falsche Frage gestellt, wie Mahatera Dr. Georg Krim bereits oder immer wieder in seinen Büchern betont. Man hat die falsche Frage gestellt. Und wenn du die falsche Frage stellst, bekommst du die falsche Antwort. Diese geisteskranke Welt regiert von Geisteskranken. Ist entstanden durch falsche Fragen. Denn die Wesenheit ist manifestiert in der Welt und hat gefragt, wer bin ich? Falsch. Du, 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 du. Die richtige Frage wäre gewesen, wer bin ich nicht? Und wenn die Wesenheit, meine Lieben, die Mula-Prakriti oder die Matrix oder jungfräuliche Materie, wie du willst, befruchtet hat, laut Buch des Lebens, das sind natürlich alles Dinge, die beim Mahatera nicht so drinstehen, sind aber eigentlich nicht nötig, aber ich habe es halt so. Ich habe es weitergegeben. Wenn diese, schaut mal, es ist ja so, wir haben ja den Urgrund verlassen aus Nichtwissen. Das sagt der Buddha auch ganz klar. Aus Unwissenheit. War es eine notwendige Unwissenheit? Warum fragen? Es genügt doch zu wissen, wer ich nicht bin. Und das hat Mahatera, Dr. Geo Grimm, ganz klar gesagt. Alles, was ich als veränderlich wahrnehme, bin ich nicht. Sonst würde ich die Veränderung nicht wahrnehmen. Komm, das weiß doch ein Kind, ein Fünfjähriger. Ich werde manchmal beschuldigt, etwas ungehalten zu sein. Der Mahatera, Dr. Geo Grimm, mit dem ich mich nicht vergleichen will, der hat sich auch nicht lange belatschern lassen. Wenn da jemand war, der wollte nur labern, hat er gesagt, auf Wiedersehen. Ich weiß, dass man Leuten liegen kann. Also, selbstverständlich hat der Buddha niemals geleugnet, dass es ein Ich gibt. Und aus dieser falschen Aussage, dass es kein Ich gibt, wie man dem Buddha unterstellte, hat der Dauergrinser Dalai Lama geschlossen, es gibt kein Ich. Der Buddha hat nur gesagt, ich sage euch was, dass ich nicht ist. Also, er hat die Antwort auf die richtige Frage gestellt, beziehungsweise er hat uns geführt, mit Hilfe des Mahatera, Dr. Geo Grimm, zur richtigen Frage. Wer bin ich nicht? Glaubst du, das bin ich? Wenn du mir die Haare ausreißt, oder wenn du mir abrasierst, bin ich immer noch da. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige bin. Ich habe immer gesagt, ich will das nicht, ich will es nicht. Na gut. Also, schauen wir mal, was unser Hochfährt. Und da erst, an vollkommenen Menschen, wie Mahatera, Dr. Georg Grimm, erkenne ich meine eigene Fehlbarkeit. Und nein, ich flüchte mich nicht hinein in die Entschuldigung. Oh, ich bin unvollkommen. Oh mein Gott. Also. Da schreibt Mahatera, Dr. Georg Grimm, ganz klar, die fünf Gruppen sind nicht das Ich. Ja, was sind denn die fünf Gruppen? Liebe Christen, liebe Muslime, wacht endlich auf, Mensch. Was ihr, als euren Geist, versteht, das ist in Wirklichkeit nur noch die Hülle. Eine höchst feine, höchst transparente. Aber es ist immer auch noch vergänglich, egal wie lange sie dauert. Und das hat Mahatera, Dr. Georg Grimm, ganz richtig gestellt. Die Lehre des Buddha. Buddha hat gesagt, frag nicht, wer bin ich? Frag, wer bin ich nicht? Und dann löse dich davon, wenn du willst. Oder bekommst mindestens eine Distanz. Also zum Beispiel, du hast einen Wut am Fall. Ja, das hatte ich früher mal, heute nicht so sehr, oder? Dann weiß ich, das bin ich nicht. Aber ich habe mich mit diesem Körper eingelassen, durch die Eltern, die ich bekommen habe, obwohl ich nicht das Produkt meiner Eltern bin. All diese Dinge, meine Lieben, die nicht so erklärt werden bei Mahatera Grimm, weil das da nicht nötig war, die werden im Buch des Lieds erklärt. Du bist nicht das Produkt deiner Eltern, das kannst du gleich mal vergessen. Ja? Also schieb es nicht auf deine Eltern. Wie heißt sie, liebe Greta Thunfisch, schieb es nicht auf deine Eltern, dass du behindert geboren wurdest. Du hast das verursacht, dass du durch diese Eltern geboren wurdest. So, also jetzt. Naja, das hat immer zu tun mit Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Also was habe ich hier noch geschrieben? Oder ich nicht? Er schreibt ganz klar, man könnte eher aus der Behauptung, dass alles, was vergänglich und leidvoll ist, nicht das Ich sein kann, die Folgerung ziehen, oder den Schluss, dass das Ich also unvergänglich ist und vom Leiden frei ist. und dass jemand, der so argumentiert, das Vorhandensein einer solchen Seele voraussetzt. Ja? Und meine Lieben, und das ist genauso das Problem. Viele fragen mich, ja warum hat das denn nicht niedergeschrieben, der Buddha? So war das eben oral. Ich hoffe, Herr Spahn hört nicht zu und schließt seine falschen Schlüsse. Nein, nein, ich meine jetzt einfach nur, ja, weitergeben der Lehre. Gut. Und damals bei Einweihung hat der Hierophant und auch der Einweihungsmeister dann, also der Initiant, die Initiator, hat das Wort dem Einzuweienden ins Ohr geflüstert. Welches Wort? Ja. Wir sind ja hier keine Auskunft, Tai. Befasse dich mit der Lehre. Neulich hat einer geschrieben, weißt du, Lanou, bei mir auf, bei uns auf VK, ich, ähm, ich interessiere mich, äh, also, ich interessiere mich zwar für die Lehre, aber das Buch kaufe ich mir nicht. Und ich sage, und tschüss, und blockiert. Ich gebe mich nicht lange mit diesen möchtegern, pseudo-esoterischen Leuten ab. Suchst du einen Unterhaltungskasper? Ja, geh doch woanders, hin. So. Ich brauche euch nicht. Ihr braucht mich. Und pass mal auf, pass mal auf. Wenn ich sage, ihr braucht mich, dann meinte ich mich persönlich, sondern die Lehre, die ich euch weitergebe. Jetzt werde ich wieder zu emotional. Törtbilder nun. Jetzt geht's weiter. Pass auf, Matera, Dr. Kierke. Also, ich stehe da in Val de Mossa vor dem, ich habe gezittert, so. Ich schaue die Katause an. Ich sehe Georges Saint und, äh, den Chopin. Ja, ihr wisst ja, die waren ein Liebespaar, deshalb waren die da. Die, glaube ich, waren da, um weiter anhaften zu können, verborgen, weil die war ja verheiratet oder so. Aber Matera, Dr. Georg Grimm, war dort, um sich zu lösen. So. Also, wie geht's weiter? Es ist ganz klar, was Matera, Dr. Georg Grimm schreibt. Wir, we dedicate this video to Matera, Dr. Georg Grimm. Er hat gesagt, der Kern aller Naturkräfte ist in dir. Die Wissenschaftler suchen draußen nach einer Naturkraft und sagen, guck mal, diese schöne Galaxie und wissen gar nicht, dass die dabei ist, uns zu fressen. Die sind, die sind so dumm, die Wissenschaftler, wie ein Forscher, der die Lebensweise der Löwen untersucht, dann wird dabei gefressen. Ja, ja. Also, im eigenen Innern. Und dazu muss es dir aber gelingen, auch in der täglichen Meditation und geleitet durch die Lehre auch mal loszulassen. Dann bist du kein Mann, dann bist du keine Frau. Du kannst gar nicht sagen, was du bist. Du kannst nur sagen, was du nicht bist und von dem du dich löst. Und das ist die Lehre des Buchs, das liest zurück zur Quelle. Matera, Dr. Georg Grimm, führt uns zurück zur Quelle. Ich nehme mal hier ein anderes von seinem Buch. Lehre des Buches. Hier haben wir was. Die Loslösung von der gruppenmateriellen Körperlichkeit. Und damit, schreibt er, der Aufstieg zur höchsten Geistigkeit vollzuckt sich allmählich von Stufe zu Stufe. Aber dann nennt er auch die Yogis von damals, die sich immer noch mit dem Brahman identifiziert haben. Und da laufen sie auch heute noch rum, die Hare Krishna. Hare Hare Krishna Krishna Ja, ja, gut, gut. Und die Ebene gibt es ja auch, die ist voller Seligkeit. Oh, ist die schön. Aber wir vom Buch des Sichts sind knallhart, mein Lieben. Knallhart auch dem gegenüber, was wir nicht sind, von dem wir uns umgeben sehen, in dieser kranken Welt, regiert von Geisteskranken. Und so. Und jetzt sagen wir uns, was machen wir? Willst du die Welt verändern? Ja, bist du denn von Sinnen? Bist du denn von Sinnen, junger Mann, junge Frau, junges Mädchen, älter Mann? Und so weiter. Ich will die Welt nicht verändern. Ich will, dass sie verschwindet. Da reicht es aber mal mit diesem Gelabere immer. Wofür wollen die Welt verändern? Alle Menschen, Gleichheit, Glück, Liberté, in Frankreich, die Guettine kommt, die wollen sie heute schon mit den Leuten köpfen, die Regierenden. So ist das Grutsch. Du kannst in dieser Welt kein wirkliches Glück finden. Aus, Ende, Amen. So ist es, meine Lieben. Kaum jemand will es wissen. Mathiera Dr. Georg Grimm, der hat es erkannt, mein Lieber, der hat erkannt, dass er alles Erkennbare nicht ist. Alles als veränderlich erkennbar. Jetzt kommt natürlich das Brutale an der Lehre, mein Lieben. Auch ein Buch, das liest in meinem Buch. In meinen beiden Bänden Sinn des Lebens Nirvana erwähnt. Alles, was du als veränderlich erkennst, ist Anata. Da denken viele, Nirvana ist also dann jenseits von Anata. Nirvana ist auch Anata. Das ist der dir angemessene Zustand. Dann löst du das Rätsel. Und ihr könnt doch sehen, mein Lieben, dass durch eine solche Lehre, die verbreitet wird, die meisten sagen, komm, ich will in den Himmel. Ja, sollst du doch auch. Gerade das Buch des Lies leitet dich in den Himmel. Gerade, Mathiera Dr. Georg Grimm. Pass auf. Wo ist Mathiera Dr. Georg Grimm? Jetzt. Was denkt ihr? Ist er in Nirvana? Ich sage nein. Ich sage nein. Seine letzten Worte waren, ich fühle mich so wohl wie nie. Das bedeutet, dass er möglicherweise in einem der allerhöchsten Himmeln, nachtodlichen Himmeln war und von dort aus Nirvana erlangte. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man auf dem Weg zu Nirvana, Paranirvana dann und so weiter, wenn man den Körper verlässt, auch ein Wohlsein empfindet. Denn Nirvana wiederum, die Vorstufe, die höchste Vorstufe zu Nirvana ist der Himmel der Religionen. Wo sie sich alle die Schädel einschlagen, um 72 Jungfrauen zu haben. Ja, seid ihr denn mit dem Klammerbeutel gepudert? So. Und auch dieser Himmel ist natürlich vergänglich. Das versteht sich ja von selbst. Würdet ihr in meinem Buch lesen, die wahre Bedeutung der Bibel, dann würdet ihr wissen, dass es in der Bibel gibt es nicht mal das Wort ewig. Weil die Menschen immer träumen von einem ewigen Leben im Himmel. Quatsch. Ja, schön ist es dort, aber nicht ewig. Ich will nur darauf Zug nehmen. So, gut, jetzt weiter. Und das schreibt er noch, Matera, Dr. Georg Sam. Er schreibt ganz klar in der Art der Überlieferung des Wunderdinges, also der Lehre des Buddha. Was das natürlich das Problem hatte, mündlich weitergegeben. Ja. Und wie die Karawanen waren in den Wüsten, die Kamelkarawanen und so weiter, auch später, da waren die Mönche auch. Und die haben dann weitergegeben, was sie gehört haben. Aber war es das auch wirklich? Oder haben sie was dazu gesagt? Haben sie was dazu gegeben? Haben sie wie im Koran missverständlich das Wort Huri und so weiter bedeutet eigentlich hohe Seelenwesen, haben sie das verwechselt mit Jungfrauen, deren Vagina sich, deren Jungfrauenhaut durchstoßen wird nach dem Sex im Himmel und nach dem Sex schließt sie sich wieder und sagt, ja, sei der denn völlig bekloppt? So, jetzt pass auf. Denn das wird also ganz toll geschildert in dem Buch von Matera, Dr. Krim. Er spricht davon, dass der Buddha zunächst oral verkündet hat und dann nach dem Tode des Meisters, woran die Schüler sich dann erinnert hatten, die Lehre, die wurde dann weitergegeben in Körben. Sutta Pitakam, Korb der Reden, Minaya Pitakam, Korb der Ordensregeln, ja, und diese beiden Körbe aber, da wurde dann ersetzt oder nicht ersetzt, eine Weiterentwicklung, kann man sagen, durch Abitamon Pitakam, Korb der Scholastik und das war der sogenannte Dreierkorb. So, der enthielt die Gesamtheit der buddhistischen Heiligen Schriften. Erst später wurde das aufgezeichnet, ja, da steht also hier 264 bis 227, da sagt BDL noch ein bisschen was dazu, aber gut, von unter dem König Vatagamini in Ceylon. Das war das Tipitakam, der Dreierkorb. Und das muss man feststellen, meine Lieben, wenn ich so sehe, wie das der Matera Dr. Georg Grimm betont, das war die Lehre des Buddha. Gut, warum kommt es dann heute, dass der Dalai Lama, das also ein krankes Wesen, eine falsche Buddha-Lehre weitergeht? Der Buddha hat es selbst vorausgesagt. 500 Jahre bleibt meine Lehre bestehen. Aber er hat gesagt, in der Weise, und jetzt kam die Zeit natürlich endlich durch Matera Dr. Georg Grimm, wurde sie erneuert und richtiggestellt. weil es begann eine Quelle der Erklärung zu fließen. Man hat erklärt! Man hat rumgewurschtelt an den Worten des Buddha. Atta Katar. Und diese Kommentare, die wurden von den Teras, ach, dieses Unglück, dieses Unglück, von den sogenannten Ältesten zusammengefasst. Was von München? Und die haben ihr eigenes Zeug dazugetan. Man muss ja immer mal sagen, aus Herr Meier hat Grippe, wurde Herr Meiers tot. Ja, übrigens Grippe, Tod, Corona, Impfung. Wir wollen auch hier impfen. Wir impfen gegen den falschen Buddhismus. Und der Dalai Lama sollte mal seine großen Ohren aufsperren und zuhören und sich entschuldigen für den Quatsch, den er verbreitet. Gut, so, weiter, jetzt. Da geht dann eine Kommentarliteratur. Die Kommentare. Herr Meier hat Grippe, Herr Meier ist tot. Außer Herr Meier hat Grippe, wurde Herr Meier ist tot, obwohl er immer noch rumläuft. Gut. Und die waren von Mönchen, wie gesagt, und das war der Mönch Mahindu, der hat das ja auch zu seinem Vater, Asoko, nach Zeilung gebracht. und dort wurde es wieder übersetzt. Ja, äh, again, victim of interpretation. So, und jetzt kommt auch das größte Unglück, das auch passieren konnte. Schaut mal, und dann hat man auch, kommt dann jetzt eigentlich danach, also ich sage gleich davor, man hat der Sutta Pitakam, kommt ja reden, ähm, das Buddha als kleines Fahrzeug bezeichnet und das andere von den Gaga-Mönchen, wie ich immer sage, interpretiert als großes Fahrzeug. Hinayana, Mahayana, kleines Fahrzeug, Hinayana, großes Fahrzeug, nein, Hinayana ist die Wahrheit, glaubt es mir. Und das, deshalb kommt es doch, dass diese perversen Sex und Porno, Clubs vom Dalai Lama, diese Kulte und diese ganzen überhaupt kommen. Wisst ihr, was da überhaupt los ist? Alles Missbrauch von Kundalini. So, jetzt schauen wir. Dann kam ein Unglücksmensch, der Mönch Buddha Gosso, der hat dann im 5. Jahrhundert nach Christus unter Hinzufügung seiner eigenen Erklärungen hat das in Pali übersetzt. Und wir lernen hier vom Buddha Sonskritt. So, und diese Art de Katar vom Mönch Buddha Gosso, die ist erhalten und die wird von den heutigen Mönchen in Silom, Burma und Siam, die Theravada Interpretation genannt und jetzt pass auf liebe Mönche in Silom und sonst wo. Die behaupten jetzt, seitdem, und deshalb ist das die originale Lehre, hat sich ja nichts verändert. Ja, das mag sein, aber ihr habt da auch schon das Falsche übernommen. Was ihr sagt, ist nichts anderes als die Interpret, eigentlich, die Interpretation hat sich nicht verändert, das mag sein, aber davor war es was anderes. Das ist ein Ehre sei Matheira Dr. Georg Grimm und sein Buch Die Lehre des Butto. Butto geht auch und Buddha geht auch, beides geht. So, und jetzt kommt eben dieses von dem Unglückseligen Buddha Gosso, diesen Mönchen, diesen Mönch, hat diese Kommentarliteratur wie ein, ja man kann sagen, wie ein Schlinggewächs, den reinen, schönen Dreierkorb umschlungen. Und jetzt sagen diese Narren, in den Klöstern von Zahel und Burma Siam, sagen, wer unserer Lehre widerspricht, das ist ein Ketzer, nö, das ist kein Ketzer, der sagt dir nur, und sie argumentieren ja, unsere Lehre ist ja immer noch dieselbe. Ja, aber da war sie schon verändert. Ehre sei Matheira, Dr. Georg Grimm, sage ich euch. Naja, und diese Theravada Interpretation, und das schreibt ja auch ganz klar Matheira, Dr. Georg Grimm, wird eben der Lehre des Buddha nicht begreicht, aus Ende. Weil sie die Frage stellt, wer bin ich anstatt, wer bin ich nicht? Ja, so ist es. Und überlegt mal, was die gelehrt haben. Die haben gesagt, die menschliche Wesenheit besteht in den körperlichen und geistigen Kräften. Besteht also in den Hüllen. Die haben natürlich gedacht, die geistige Kraft, wie wir sagen, die Monade, was die damit meinten, meinten immer noch die Hülle. Sie wussten es nicht. Sie wussten es nicht. Und diese bezeichnen sich im Zusammenwirken als ich. Nein, das ist nicht wahr. Pass mal auf. Wenn ich Ich sage, dann benutze ich diesen Körper, um was zu sagen. Wenn ich, falls ich in der Meditation eine Wanne erlange, bin ich raus aus der Hülle. Dann kann ich gar nicht mehr Ich sagen. Auch der Buddha hat Ich gesagt. Wenn er nach der Meditation in der Hülle zurückkam, dann hat er als Ich gesprochen. Natürlich, du benutzt ja die Hülle, um was zu sagen. Was soll er sagen? Ja? Dann hat er Ich gesagt. Mit Bedenken. Ja? Und das ist das eben, was die nicht verstanden haben. Na gut. Ach. Gott sei Dank. Ja, man kann sagen, Butter sei Dank oder was? Vielleicht, ich vermute, Matera Dr. Georg Grimm hat einen Bodhisattva des Buddha gehabt. Vielleicht ist er ein Bodhisattva des Buddha. So. Und darum hat auch Maradera Dr. Georg Grimm ganz klar die, ich muss mal vorsichtig ausdrücken, die Kommentarliteratur fast kaum beachtet. Nur Sutta Pitakam, wie ich schon zu Beginn sagte. Gott der Leerreden. Ja? Und der Mensch Purana wird hier zitiert, wie man sagt, na haben Todes Buddha. wir wollen die Werke des Buddha interpretieren, das brauche ich nicht. Ich habe es noch im Kopf. Ich habe es noch im Kopf. Ja? Oh, ihr Buddhisten, ihr Dalai Lama Buddhisten, ihr Narren, wacht doch endlich auf aus eurem Pornoclub. So, weiter. Was haben wir hier noch? Ach, das steht zu viel. Und er betont immer wieder, Maradera Dr. Georg Grimm, dass diese Welt, laut buddhistischer Lehre, eine Welt des Leidens ist. Ja, was denn sonst? Ja, neulich habe ich gesessen, habe gesprochen, da hat mir plötzlich mein Herz ganz weh getan. Tja. Ja? Das ist auch der schönste Augenblick. wenn du dich mit ihm identifizierst, wird dich leiden lassen. Und da hat Maradera Dr. Georg Grimm auch zu seiner Frau ganz klar gesagt, ich weiß das. Er hat gesagt, ich löse mich auch von dir, meine liebe Frau. Ich überwinde, und das war schwer für ihn, auch die sexuelle Komponente zu überwinden. Das weiß ich in Amerika von Reportern, die mit ihm gesprochen haben, beziehungsweise deren Väter. Aber er hat gesagt, ich löse mich dann mal ein. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen in einem anderen Leben. Du als Frau, ich als Mann, ich als dies und das. Ich will nicht mehr zurückkommen, hat Maradera Dr. Georg Grimm gesagt. Und er hat entsprechend gehandelt. Er war kein Pseudoguru. Also wenn ich überhaupt sage, ein wirklicher Guru, dann würde ich sagen, Maradera Dr. Georg Grimm. Ich liebe euch. Und das bedarf natürlich einer Korrektur, meine Lieben. Ich habe gesagt, der Schriftsteller Georges Saint, das wollte wohl dieser Mensch, dass man als Mann das identifiziert. Aber natürlich in Wirklichkeit war Georges Saint eine Frau. Nicht wahr? Das war die Amontine Aurora Lucille Dupin de Francaille. Also das war eine Frau. Das war eine französische Schriftstellerin. Und die war aber sehr, muss ich sagen, sozialkritisch. die hat immer rebelliert in die Beschränkungen, die man den Frauen auferlegt im 19. Jahrhundert. War vielleicht die erste Feministin, wenn wir mal die Amazonen von früher ausnehmen, die sich die rechte Brust haben, abschneiden lassen, damit sie besser mit dem Bogen schießen können. Aber so. Und die hat gesagt, dass die Ehe, dass man den Frauen die Ehe als eine Institution auferlegt hat. Und die hat gefordert, die gleichberechtigte Teilhabe aller Klassen an gesellschaftlichen Gütern. Georges Saint hat sich dann genannt. Ja, dachten auch viele, es ist ein Mann, habe ich auch gedacht, aber dann, so. Und der Friedrich Nietzsche, der Nietzsche hat sie genannt, eine Milchkuh mit schönem Stil. Und der, ja, der, ein anderer, bekannter Schriftsteller, weiß nicht mehr, wer es war, hat sie benannt, die Stimme der Frau in einer Zeit, als Frauen schwiegen. Oh, oh, oh. Aber was haben wir jetzt noch entdeckt? Oh je. Da haben wir was draufgefunden. Ihr wisst, nicht nur George Saint sondern auch Chopin hat in diesem Kloster meditiert. Sie war seine Geliebte. Jetzt haben wir sie erwischt, die beiden. Die haben wir erwischt. Matera Dr. Georg Grimm war nur da, um zu meditieren. Ja, um sich zu lösen. Die haben vielleicht, ich, bitte, ich, ich, ich vermute es, damit sie ungestört dort im Kloster sich treffen konnten. Und Chopin, also der, der ja, sagen wir mal, Mitte des 18., des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal diese Frau traf oder von ihr gehört hat, die hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ich habe hier einen Brief von ihm, einen Auszug an seinen Eltern, an seine Eltern. Ich habe eine große Berühmtheit kennengelernt. Dann Doudouin, bekannt unter dem Namen Georges Saint. Ihr Gesicht ist mir nicht sympathisch, sagt er. Und eigentlich hat sie mir überhaupt nicht gefallen. Es ist an ihr sogar etwas, schreibt er, was nicht abstößt. Hm. Man hat auch den Chopin mal über sie sagen hören, was für eine unsympathische Frau, so eine Nase und so. Ist das wirklich? Und dann hat er gefragt, ist denn das wirklich eine Frau? Manche sagen, sie war ein Mannweib. Alles da in diesem Kloster. Das ist mir, das habe ich dadurch erst wieder. Aber die Georges Saint, ja, die Dupin, oder wie man sie nennen will, ist von Chopin sofort begeistert. Und sie hat ihn mal eingeladen. Ja. Wollen wir uns nicht treffen und so weiter. Und dann hat sie, so die Historie, sich entschlossen, ihn zu erobern. Und was die sich mal vorgesetzt hat, das hat sie auch, oder vorgenommen hat, das hat sie durchgesetzt, kann ich nur sagen. Ja. Und da hat sie ihm ein kleines Zettelchen geschickt, sagt man. Man bewundert sie, George. Hat nicht gesagt, dass sie ihn bewundert. Also, das ist ganz interessant. hat sie dann, also die, die wurde ja als Dupin geboren, die Dame und hatte auch einen Sohn und so weiter und gleich nach der Geburt hat sie einen anderen Mann gehabt und die Ehe mit Dutvan, die ist zerbrochen und die wurde dann Schriftstellerin. 35 Romane geschrieben, George Song, ja gut. Als sie den Chopin kennenlernte, mit dem sie sich dann in Valdemosa getroffen hat, in dem Kloster, in dem unser hochverehrter Mahatera Dr. Georg Grimm aus ganz anderen Gründen war, nämlich um sich zu lösen, zu meditieren, Nirvana zu erlangen oder dem Nirvana einen Schritt näher zu kommen, ja. Da schreibt diese Frau, ich muss jetzt mal da ein bisschen Bezug nehmen drauf, es gibt nur eine Wahrheit in der Politik, das Gerechte. Was ist denn gerecht? Madame Song, was ist gerecht? Was ist gerecht? Großteil der Menschen werden dumm, geboren, leben, dumm und sterben, dumm, was wissen die? Das Buch des Lichts ist das Buch der Konsequenzen. Es zeigt uns, was geschieht, wenn wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Wer sich danach richten will, ist gut, wer nicht, dann wer nicht hören will, der muss fühlen. Aber jetzt zurück zu dieser Dame, die sie in den Briefen, die sie da geschrieben haben. Also deshalb waren die in dem Kloster. Ich vermute, sie haben nicht nur meditiert, ja, die Dame hat Zigarren geraucht und trug Männerkleidung. Naja, das hat die Marlene Dietrich in ihren Filmen dann auch gemacht. Und jetzt kommt so ein Satz, den man sieht in der Historie, die Reihe ihrer abgelegten Liebhaber war lang. Was wollte sie damit sagen, beweisen? Ich kann, ich bin stärker als ein Mann, ich kriege ihn ins Bett, I don't know. und da, das war natürlich jemand überspitzt gesagt, Chopin ist so ladylike und sie, die Song, ist ein vollendeter Gentleman. Es gab kaum jemanden, hat man gesagt, die für das tägliche Beisammensein so wenig geschaffen waren, wie die beiden. Und das war doch ganz klar, meine Lieben. Das war doch nur ein Machtkampf. Da wollte ein Mann Weib einen Mann haben und zeigen, wie stark sie ist und er hat schon gewusst, uh, ja, und dann sind sie in 1938, 1838, 1838, ist sie mit Chopin nach Mallorca gereist. Und da war sie in dem Kloster. Und das war fast ein Fiasko, man muss es mal sagen, mein Lieben, gab es auch im Winter auf Mallorca einen Bericht von ihr oder so. Chopin war bescheiden, zurückhaltend. Ihr seht ja auf dem Bild Jocin und Chopin. Ja. Naja. Also, das war ja ganz klar. Und dann gab es natürlich, ich muss jetzt mal soweit ausholen, auch dann Spannungen zwischen den beiden zehn Jahre später oder so. Eifersucht. Und ging es um die Kinder von Josh Zahn. Ja. Und da kamen dann so die kleinen Nickeleien, ja. Und der Chopin war sehr sensibel, so wie alle Komponisten. Oh, bin ich sensibel. Ja, ich versuche, meine Sensibilität zu überspielen, aber es gelingt nicht immer. So. So, dann haben sie sich getrennt, 1849 oder was. Haben sie sich getrennt. Ja. Und dann hat die Josh Zahn gesagt, ich lebe wie eine Nonne. Seit sieben Jahren. Und zum Leidwesen Chopins hat sie sich ihm gegenüber verweigert, die wollen keinen Sex mehr haben. Sie hat die Rolle einer mütterlichen Krankenschwester ausgibt. Das hat sie gemacht. So. So, meine Lieben, Augenblick. Da bimmelt es. So. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja. Also, die Josh Zahn ist natürlich eine Frau, keine Schriftstellerin. Keine Schriftstellerin, eine Schriftstellerin, obwohl heute mit dem ganzen Gender, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll. Aber so war es und da hat man wieder etwas dazugelernt, als ich dieses Schild sah. Josh Zahn, Chopin, meiner Ansicht nach hätte eigentlich nur ein einziger, der sie natürlich beide übertroffen hat, dieses Schild verdient. Und das ist Marthera, Dr. Georg Grimm. Aber, meine Lieben, so ist es nun mal. Bis zum nächsten Mal. Om. Far away from the city north, to the city north, deep inside of your heart. There's a voice in the silence calling for you. It's your guiding star. Just listen, just listen, and you will see It's the Guru in me. and the Guru in me. The light on the path shall set you free. The master is calling, he is waiting for you. It's the Guru in me and the Guru in you. Life is just like a blink of an eye in eternity. This crazy world in which we're living is not reality. Keep searching, keep searching and you will find The Guru in you and the Guru in me. The light on the path shall set you free. The master is calling, he is waiting for you. It's the Guru in me and the Guru in you. And the Guru in you. Oma Adhi Padmeoom Oma Adhi Padmeo Oma Adhi Padmeo Musik Keep searching, keep searching And you will see It is the guru in you And the guru in me The light on the path Shall set you free The master is calling He is waiting for you It's the guru in me And the guru in you It is the guru in me And the guru in you And the guru in you It is the guru in me And the guru in me And the guru in me It is the guru in me Vielen Dank.